Herzlich willkommen zu dem Erklärvideo für den Deutschunterricht im fünften Jahrgang zur Grammatik von Zeiten und Zeitformen. Zunächst einmal sollte man unterscheiden zwischen der Zeit und den Zeitformen. Mit der Zeit sind gemeint die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Also das, was einem in der Wirklichkeit begegnet, das, was hinter einem liegt, die Vergangenheit, das, was gerade passiert, die Gegenwart und das, was in der Zukunft passieren wird oder passieren kann, eben die Zukunft. In der Sprache existieren nun die Zeitformen, um sich auf diese Zeiten zu beziehen, um über diese Zeiten zu reden. Zum Beispiel hier der Satz, als ich in die Schule ging, traf ich meine Freunde. Den zweiten Teil habe ich hier mal weggelassen, aus Platzgründen. Das Wort ging bezieht sich auf die Vergangenheit. Das Verb ging. Diese Zeitform nennt man Präteritum. Hier ein weiteres Beispiel. Ich habe gestern einen Film gesehen. Diese Zeitform nennt man Perfekt. Wie ihr seht, wie ihr an den roten Wörtern seht, in Verbformen, besteht das Perfekt aus zwei Verbformen, im Gegensatz zum Präteritum, das aus einer Verbform besteht. Aber beide beziehen sich auf die Vergangenheit. Nächste Zeitform bezieht sich auf die Gegenwart. Ich gehe jetzt zum Arzt. Das mache ich gerade. Hier seht ihr in diesem Satz wieder eine Verbform. Das ist die Verbform des sogenannten Präsens, einer Gegenwartszeit. Als letztes ein Beispiel für die Zukunft. Ich werde morgen ins Kino gehen. Eindeutig Zukunft, denn ich werde das ja erst morgen machen. Hier seht ihr wieder zwei Verbformen. Diese Zeitform nennt sich Futur. Hier links habe ich nochmal das Präteritum und das Perfekt markiert, weiß markiert, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es beim Präteritum und beim Perfekt sich um zwei Zeitformen handelt, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Sie werden nicht gleich benutzt. Meistens benutzt man das Perfekt in der gesprochenen Sprache und das Präteritum in der geschriebenen Sprache oder wenn man eine Geschichte erzählt. Jetzt gibt es aber auch ein Beispiel dafür, dass sich eine Zeitform auf zwei Zeiten beziehen kann, nämlich das Präsens. Ich gehe jetzt zum Arzt. Präsens bezieht sich auf die Gegenwart. Aber statt der Futurform, ich werde morgen ins Kino gehen, kann ich auch für die Zukunft die Zeitform Präsens benutzen. Ich gehe morgen zum Arzt. Ich gehe jetzt zum Arzt. Gegenwart. Ich gehe morgen zum Arzt. Zukunft. Aber beide Verbformen gehören zur Zeitform Präsens. Soviel für jetzt zu den Zeiten und zu den Zeitformen mit einigen Beispielen. Ich hoffe, dass euch die Erklärungen in diesem Video geholfen haben. trước Mal gibt es bis zum Arzt. Aber qual Ninja Butterunnig ist der Zustand zu denйmigen Beispielen. Ich gehe dann nach Videos und Isきます. Eventually erInige Beispielen wird das 늘 im Grunde Leben geholfen. Vielen Dank.